Hallo und herzlich willkommen zur letzten Fotokrempelzeitreise. Rechts von mir wie immer der Steffen von Pixel & Grain und links von mir der Valentin und zusammen zu mir die Fotofreunde. Und ja, wir haben jetzt über wie viele Hersteller gesprochen? Über zehn glaube ich, oder? Das müssten zehn sein. Genau. Wir haben ja auch diese halben Folgen gemacht und heute reden wir über Zukunftsaussichten. Ja. Ich habe gedacht, das macht Sinn, wenn wir nach dem ganzen historischen einfach mal unwissenschaftlich, wie wir das so immer tun, ein bisschen auf Fotografie gucken und uns überlegen, was könnte denn da kommen. Wir hatten vorher schon die Idee, dass es bestimmt eine F7 geben wird, wo das Bild digital gemacht wird, dann über ein Lightroom Plugin bearbeitet wird und dann über den Rückdeckel dann und Laserbelichtung auf einen Film transferiert wird. Das glaube ich nicht, Tim. Aber sie würde ja der Abnehmerfrau auch nicht mehr sicher. Das ist ja die Frage, das muss ja arsch teuer sein, wenn man sich auch begleisten wollen würde. Aber prinzipiell wäre das ja schon interessant. Ja. Aber du hast fundierter darüber nachgedacht, glaube ich. Nein, Ivo. Erstmal wäre meine Frage eine andere. Was glaubt ihr, werden wir in der analogen Fotografie, denn das ist ja der Bereich, wo wir uns primär aufhalten, werden wir da echte Neuerungen sehen, Dinge, die es bis jetzt nicht gegeben hat? Ja. Das ist, glaube ich, im Filmbereich. Ich weiß nicht, ob es in den Kameras so sein wird, aber Film… Na, wir hatten es ja gestern irgendwie in einer abendlichen Runde, wo wir saßen noch gehabt, ein Modul, das man in Vergrößerer packen kann, was ein Digitalbild vergrößern kann. Irgendwie über ein OLED-Display oder keine Ahnung was. Das könnte ich mir irgendwie direkt vorstellen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch wieder mehr Leute gibt, die aus dem digitalen Sektor kommen, die sagen, so zumindest eine kleine dunkle Kammer halte ich mir schon irgendwo. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es eine Kamera geben wird, die beides macht, die Hybrid fotografiert, die einen Film belichtet, aber zum gleichen Zeitpunkt auch ein Digitalbild, in welcher Qualität, aber als Vorschau, macht. Haben wir nicht so etwas Ähnliches? Diese Instax-Dinger gibt es doch, oder? Machen die nicht so wohl als auch, oder täuschen sich da? Ja, wenn man das, was da rauskommt, als Analogbild bezeichnet, dann machen die das ja tatsächlich. Aber du meinst dann wirklich eine gescheite Kleinbildkamera? Ja. Also das kann ich mir vorstellen, ob das so ist oder nicht. Vorstellend kann ich mir das. Vielleicht mir diese Zweifelkamera realisieren, dann kommt sie doch noch in Serienproduktion. Oder eine Spiegelreflexkamera, da bedienst du ja sowieso schon zwei Wege. Ja. Und wenn du in dem Moment kurz bevor der Spiegel hochklappt noch ein digitales Bild machst, bevor das Bild auf den Sensor auf den Film fällt, wäre machbar. Und du hast dann eine Kontrolle und trotzdem analog fotografiert. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand sagt, das finde ich eine lustige Idee, das probiere ich aus. Ja, ja. Also dann haben wir vielleicht so ein Prisma, wo man hier irgendwie einen Digitalsensor drin hat oder so. Ja, ja. Und es wird genauso dann Leute geben, die sagen, das ist totaler Mumpitz und es wird Leute geben, die sagen, oh, finde ich spannend. Ja. Das ist ja immer so. Das haben wir ja, glaube ich, hier auch gemerkt, dass wir so auch immer so zwischen den Folgen mal so zwei, drei Minuten Zeit hatten, um zu quatschen. Genau, genau. Und letzten Endes, glaube ich, weiß ich nicht, hast du ein Problem mit kleinen Suchern, das ist, glaube ich, so. Das ist eine persönliche Präferenz. Ja, genau. Und ich muss sagen, ich habe ein Problem mit schweren Kameras. Also sobald es mir zu schwer wird, also das hier ist schon hart an der Obergrenze. Du wärst kein Freund von meinem Lieblingsformat. Das ist so, was ich als Kamera zum in der Hand halten angenehm finde. Ja, für das, was es ist, ganz bestimmt nicht. Ich mag diese Metallbomber-Klasse, vor den Kompakten, finde ich sehr angenehm für meine Pfoten. Ja, für die Pfoten vielleicht noch, ich sag mal, für den Hals wird es irgendwann stressig. Der Hals trägt ja schon meinen ganzen Bauch, da fällt so eine Kamera nicht auf. Ja, aber du hast ja auch immer in der Hand, weil du nimmst sie die ganze Zeit, kannst du gar nicht mal sehen. Ach, so meinen Sie. Ja, das ist eine gute Idee. Im Digitalsektor glaube ich, dass wir uns immer weiter vom tatsächlichen Bildermachen entfernen werden. Also wenn ich da in die Zukunft gucke, mit meiner professionellen Glaskugel, die ich beim Chinesen des Vertrauens bestellt habe, von so einem sehr vertrauenswürdigen Produkt, dann sagt die mir, dass wir zwei Dinge in der Fotografie erleben werden. Und ich finde das jetzt super spannend, das in einem YouTube-Video zu erzählen, weil man dann eventuell in zehn Jahren gucken kann, was davon eingetroffen ist. Ja, ja. Ich glaube, dass wir auf der einen Seite Kameras sehen werden, die zum Thema KI, also Bilder sehr viel mehr rechnen werden als heute. Also es ist ja kein Ding, in eine Kamera zum Beispiel fünf, sieben, zehn Spezialobjektive einzubauen, die nicht alle nur im sichtbaren Bereich arbeiten. Da arbeiten ein paar im Infrarot-Bereich, die für Strukturen zuständig sind. Dann gibt es ein paar sehr weitwinkelige Linsen, ein paar sehr, sehr nah ranzoomende Linsen. Und dann kannst du dieser Kamera nachher im Prinzip sagen, ich möchte jetzt mit 35mm fotografieren, Brennweite. Dann werden die Strukturen aus dem für Struktur zuständig seienden Objektiv, die Farben werden aus dem für Farbe zuständig seienden Objektiv und der Bildausschnitt aus einem dieser Brennweite entsprechenden Objektiv genommen und dann wird das Ganze zusammengerechnet und dann hast du ein entsprechendes Bild. Und wenn du dann die Software noch ein bisschen weiter denkst, weil das ist etwas, was im Audio-Bereich heute gang und gäbe ist, simulieren oder emulieren, dann kannst du eine Planar-Emulation darüber legen oder dann kannst du eine Tessa-Emulation darüber legen, weil du kannst ja im Prinzip durch dieses Objektiv vermessen, du kannst rausfinden, neutral rausfinden, wie verhält sich dieses Glaskonstrukt zu Licht, zu Farben, zu Wellenlängen. Daraus kannst du einen Algorithmus machen und den kannst du beim Bild wieder drüber packen und dann sieht natürlich dein neutral gerechnetes Bild mit den Daten entsprechend aus, wie mit einem Tessa fotografiert. Also das ist ein Bereich, den ich glaube. Aber denkst du, das ist dann der endgültige Tod der klassischen Filmfotografie? Nein. Das ist genauso wenig der Tod der klassischen Filmfotografie, wie Deutschrap der Tod der Geige ist. Das ist so. Das wird nicht passieren. Es werden Dinge irgendwann obsolet werden, gerade was Mainstream angeht und das ist bei analoger Fotografie ja eigentlich schon längst was passiert. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass orchestrale Musik das Mainstream-Thema schlechthin ist, aber wenn man bestimmte Emotionen erzeugen will, wenn du einen Hollywood-Blockbuster die anguckst oder sowas, dann wird da immer noch schön analog produziert und dann nimmt man auch ein ganz klassisches Orchester und setzt das dahin. Ja. Also es ist nicht nur im High-End-Bereich so, sondern auch im Mainstream-Bereich, wenn bestimmte Aufgaben zu erfüllen sind. Genauso, denke ich, wird es da auch eine Diversität geben, dass die analoge Fotografie auch ihren Markt noch hat. Ja, ja. Ich bin gespannt, wenn wir es in zehn Jahren anschauen und alle vor unseren vollen Filmkühlschränken stehen und uns denken, hätten wir den damals doch nicht simuliert, sie sollten noch ein Werk bauen, das sie dann völlig ruiniert haben. Das, glaube ich, im analogen Bereich, dass wir noch ganz viel, ich sag mal in Anführungszeichen, Bastellösungen sehen werden, aus denen dann neue Dinge entstehen. Auch das ist im Audio-Bereich, da habe ich das quasi schon mal so erlebt, da sind die großen Audio-Technik-Hersteller, großen Synthesizer-Hersteller quasi alle vor die Wand gefahren. Leute, wo man nie gedacht hätte, dass die Firmen irgendwie in Gefahr geraten könnten, haben wirklich das Tageslicht nicht mehr gesehen. Und stattdessen sind dann kleine Schmieden wieder an den Start gekommen, alte Namen wieder belebt worden, auch das sehen wir heute in der Fotografie-Bereich, da sind dann Dave-Smith-Instruments oder Prophet-Sachen, die es gab, die legendär waren in den analogen Zeiten, die sind dann wieder belebt worden, zuerst als Virtuell-Analoge, als Software-Emulationen und dann später auch wieder als Real-Analoge, also als genug Geld erwirtschaftet, da hat man sich dann wieder hingesetzt, tatsächlich analog selektierte Bauteile, Platinen gelötet und das Zeug wieder verkauft. Auch nicht Mainstream-Ware, die arbeiten weiter mit Plugins, aber es gibt immer wieder Liebhaber, die sagen, ne, also ich kaufe mir jetzt wieder einen voll dezent aufgebauten Analog-Synthesizer. Oder ein Modularsystem, das sind diese Wände, wo man Kabel zwischensteckt. Auch die hat es dann wieder gegeben auf einmal. Und das werden wir, glaube ich, auch in der Analog-Fotografie sehen. Kleine Unternehmen, die mit pfiffigen Ideen auf ganz neue Wege gehen, die dann nicht für jedermann sind. Also als Beispiel einfach nur den, wie heißt das, Paper Exposure, diese App fürs Handy, wo du dann eine 35mm-Kamera machst, ein Stativ tust und hast ein Vergrößerer im Prinzip. Keinen High-End-Vergrößerung, aber das Ding kann immerhin Splitgrade. Also ja, im Prinzip hast du mit deiner Kamera alles, was du machen kannst und das Ding kostet, weiß ich nicht, 5, 7 Euro. Und du bist durch. Also das sind so Lösungen, von denen ich glaube, dass wir noch viel mehr sehen werden. Das sind kleine Geschichten, Leute, die sich auf irgendwo... Revenilabs, diese kleinen Belichtungsmesser, die du bei den ganzen Kameras, wo die Selen-Dinger abkacken, kannst du mittlerweile für kleines Geld Dinge draufstecken. Und man sieht sogar, das zieht Kreise, die haben angefangen, solche Dinge anzubieten. Ruckzuck gab es aus Fernost, aus China, die ersten Nachbauten, teilweise mittlerweile Preis runter bis auf 25 Dollar, wo du so ein Ding kaufen kannst, dass im Prinzip dem von Vogtländer, was immer noch verkauft wird, diesem Belichtungsmesser, 250 Euro kostet, entsprechen. Und letztendlich ist da nichts anderes drin. Also das sind Dinge, wo ich wirklich denke, da besteht ganz viel Potenzial und da freue ich mich auf jede, auch wenn ich sie selber nie einsetzen würde. Ich freue mich immer auf, wie ein Schneekönig über jede Erfindung, die da gemacht wird. Ja, ich weiß nicht, ich freue mich immer, wenn ich eine alte Technik wiederbeleben kann irgendwie. Wenn die neuen Techniken, die so kommen, habe ich häufig, also in dem Fall beim Belichtungsmesser sicher nicht, habe ich auch häufig so den Eindruck, dass mehr Müll produziert wird als Sinn. Wenn es irgendjemandem taugt, um in eurem süddeutschen Satzkonstrukt mal zu sprechen, dann hat das schon seine Berechtigung. Da bin ich selber nicht der Maßstab. Wenn man jemand sagt, mit der Labbox kann ich toll entwickeln, dann kann ich darauf hinweisen, dass es das Ding mal als Rohlinax von Agfa gegeben hat, dass das beileibe keine neue Erfindung ist. Das spielt aber keine Rolle. Tatsache ist, dass das Ding verfügbar ist, dass ich nicht auf Ebay wochenlang danach suchen muss und vielleicht einen mit abgebrochenen Deckel finde, sondern dass ich in den Laden gehen kann und 100 Euro auf den Tisch lege und das Ding mitnehme. Natürlich sind die am Anfang teuer. Wenn ich das zu Hause dann doch nicht verwende, weil naja. Ich kenne durchaus Leute, die damit super zufrieden sind, die halt alle drei Wochen mal einen Film entwickeln und die sich darüber freuen, dass sie das am Schreibtisch ohne Replanche machen können. Okay, also ich muss auch sagen, ich habe sie nie benutzt. Also ich habe nur häufig gelesen, dass sie halt irgendwie dann Probleme hatten. Die Leute haben ja mit allem Probleme. Also es gibt Leute, die haben mit Jogodosen Probleme, es gibt Leute, die haben mit Pathosendosen Probleme, es gibt Leute, die haben mit Kaisertags Probleme. Ich glaube, man findet kein Produkt, womit niemand ein Problem hat. Da sind wir wieder bei demselben, was wir in anderen Folgen schon gesagt haben, es muss zu dir passen. Und es gibt eine Menge Produkte, die für dich falsch sind, genauso wie es eine Menge Produkte gibt, die für mich und da sollte jeder angesprochen sein zu sagen, ich überlege mal, wie ich mit Dingen umgehe, was würde mir denn einfallen, was hätte ich denn gerne? Man kann ja ganz viel, es muss ja nicht immer technisch aufwendig sein. Was ich im Augenblick faszinierend finde, technisch einfach, sind diese ganzen Abscan-Halter, wo Negative Supplies, 120 Euro irgendwie, fand ich relativ überteuert, so eine Scan-Hilfe, wo du den Film einfach nur durchspulst. Mittlerweile gibt es drei, vier, fünf, sechs Stück davon. Teilweise ein 3D-Drucker, teilweise aus Aluminium. Die Preise gehen immer weiter runter. Für Leute, die Filme abfotografieren, eine tolle Geschichte. Wir hatten die ersten Softwarelösungen zum Abfotografieren von Filmen, weil die Scanner-Software mit ihrer Farbanpassung war weit überlegen. Für Fotografierer gab es da wenig. Mittlerweile gab es dann erst Necklab, hieß das glaube ich. Negative Lab. Und dann jetzt gibt es Neckmaster. Eine Software, gut, das ist ein Plug-in für Fotoschau, aber die ist so mächtig, dass du im Prinzip wie mit Silverfast deine Scans, mit der Kamera gemachten Scans topfarblich bearbeiten kannst, schwarz-weiß automatisiert auf eine ganze Filmrolle quasi durchziehen kannst. Großartig. Also das sind alles One-Person-Geschichten. Und mittlerweile ist der von Neckmaster, der ist ja eingetaucht in die Welt der Scanner, weil er dann auch nicht nur für Kameras und auch für Scanner seine Software haben wollte. Mittlerweile repariert er jede Woche irgendwelche Scanner und stellt Tutorials dafür online. Und das ist, glaube ich, mittlerweile der, was Scanner-Reparatur angeht, europaweit wissendste Typ, an den man sich wenden kann, wenn da ein Scanner irgendwas nicht funktioniert. Unglaublich. Und sowas macht mir wahnsinnig Spaß, auch wenn es mich selber nicht betrifft. Wo ich dann sage, interessiert mich überhaupt nicht. Ich finde das mal großartig, dass das da ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Softwarelösungen in dieser Hinsicht, die produzieren keinen Müll. Die sind da und wenn sie mir gefällt, dann nutze ich sie und wenn sie mir nicht gefällt, dann nutze ich sie nicht. Ich sage nur, wenn wir es jetzt dann zu tun haben mit speziell geformten Dosen, die eine tolle Prägung haben und wo irgendwas draufsteht, wo ich mal meine Filme reinpacken kann, da muss ich sagen, irgendwann hört sich für mich der Spaß mit den Gimmicks dann noch aus. Ja schon, aber wenn es dann Spaß macht. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Die sollen mal eine Aluschachtel so mit grüner Belederung auf der Werra draufsteht rausbringen. Ja, aber der meinte doch der Erste. Also ich weiß nicht, aber ich finde das schlimm. Die würde ich kaufen. Das ist ja so, wenn irgendjemand irgendwo Minolta draufschreiben würde, was Neues verkauft, würde ich das sofort kaufen. Das ist ja schon auch so, dass da viele Emotionen dabei sind und man möchte dann doch irgendwie so eine Verbindung sein. Ja, ist das so. So eine Kodak-Dose finde ich schön. Und irgendwie in meinem Kühlschrank, da brauche ich noch, dass sowas reinsteigen kann. Ja, ja, ich weiß. Du weißt, du kennst auch meinen Kühlschrank. Das ist unsortiert, weil ich weiß, was er jetzt hier belichtet und nicht belichtet ist. Ja, richtig, ja. Ja, ich gebe es zu. Das ist doch nicht das schlechteste Beispiel jetzt, ne? Nein, nein. Ich sehe schon. Also wenn jemand den Wald ausnehmen möchte, dass so eine Werra-Dose brauche. Die Werra-Sporttasche. Oh, ich weiß nicht. Aber Sport mache ich dann doch zu selten. Aber wer macht doch Sport, der so Sportaufträge dabei hat? Der macht ja selber keinen Sport. Ja, stimmt. Das ist dran. Also das ist eine Riesenwelt, die wahnsinnig Spaß macht. Mit dem Felix, der hier die ganze Zeit hinter der Kamera sitzt, arbeiten wir zurzeit an einer Belichtungsprüfmaschine für Analogkameras, die sich gewaschen haben wird. Ob die jemals Marktreife erreicht? Wir hoffen es, ne? Aber es gibt die Möglichkeit, Dinge zu tun und wenn ich sonst mal so sage, habt Spaß, schießt Film, dann müsste ich diesen Spruch vielleicht in Zukunft noch erweitern und sagen, habt Spaß, schießt Film und kriegt den Hintern hoch. Also Leute, die einfach in dem Ding drin sind und Bock haben, was zu entwickeln. Es gibt so viele kleine Lösungen, auf die die Welt wartet. Vielleicht wartet sie nicht, aber wo man dann sagt, hey, cool, dass das mal jemand gemacht hat. Ja. Und wenn es nur drei Leuten hilft, ist schon viel gewonnen. Ja, klar. Ne, also, ich, bloß krieg den Hintern hoch. Ich hätte eine Frage an dich, weil es uns häufig so geht. Bist du auch manchmal so, dass du irgendwie vor lauter Videodrehen nicht mehr richtig zum Fotografieren kommst? Äh, nein. Das werdet ihr da draußen wissen, dann fallen bei mir meistens die Videos hinten raus, also dann muss man manchmal auch zwei Wochen warten. Nicht, weil ich sie nicht gedreht kriege, meistens, weil ich sie nicht geschnitten kriege. Aber das ist im Winter ein bisschen leichter als im Sommer, dann ruft der Garten, dann ruft der Strand, dann wird sowieso alles schwierig. Ja. Ich leide da auch nicht drunter, weil es immer wieder genug Anlässe gibt, wo ich fotografieren, ich sage jetzt mal, wo ich muss. Ja. Das ist Teil meines Jobs. Da gibt es dann kein Davonlaufen, ob das jetzt ein Objektivtest ist oder ob ich einen Artikel schreiben muss, der Bilder braucht. Ich kann mich davor nicht drücken und am Ende bin ich immer froh, dass ich es gemacht habe. Ja, ja, ja. Ich muss nur sagen, ich kann gar nicht so viel fotografieren, wie ich gerne entwickeln würde. Ich verbringe meine Tage am allerliebsten in der Dunkelkammer und deswegen war meine Zukunftsfeature-Idee schon auch irgendwie was, was in diese Richtung geht. Aber auch das sind Dinge, da ist viel Luft. Also es gibt viel zu wenig gute Printer. Ja. Ja. Gerade ist wieder, ich habe den Namen blöderweise vergessen, das war in der, die analoge Fotografie lebt in Hamburg jemand, der wirklich schon den Titel Masterprinter verdient hat, der jetzt vor kurzem im besten 50er-Alter gestorben ist. Wo nicht nur ein durchaus sympathischer und herzlicher Mensch gegangen ist, sondern wo die Fähigkeit, die er drauf hatte, was Drucken, analoges Ausbildlichten angeht, ein riesen Loch reißt. Weil ganz viele Leute im Kunstbereich, im professionellen Analogenbereich bei ihm haben printen lassen. Ja, ja, ja. Das ist manchmal ein bisschen was, was ich schade finde in der Situation heute, weil wir uns mit zu viel Kram umgeben. Es gibt etwas weniger Spezialisierung. Also wenn jemand wie du sagt, ich verbringe gerne Zeit in der Dunkelkammer, ich belichte gerne aus, wäre mein erster Impuls immer denjenigen zu ermuntern, das noch weiter zu intensivieren und Leuten, die andere Fähigkeiten haben oder andere Gelüste haben, das entweder nahe zu bringen im Sinne von Workshops oder noch besser im Sinne einer Dienstleistung anzubieten. Denn Leute, die, das sagte ich gerade, gut drucken können, gibt es immer weniger. Ja, ja. Keine Frage. Aber gut, ich sag mal so, von dem Punkt, dass ich für andere drucken kann, bin ich weit entfernt. Also das beschränkt sich auf den Hobbyismus. Da, glaube ich, würde ich auch sagen, bleibe ich auch eine Weile noch. Das sehe ich anders, aber die Entscheidung verstehe ich. Aber im Prinzip ist die Frage, welchen Kundenkreis spreche ich an. Du sprichst jetzt vielleicht nicht den super High-End, Fine-Art Fotografen an, der bei dir drucken lassen möchte, aber du kannst mit Sicherheit besser printen als 70, 80 Prozent der Hobby-Dunkelkammer-Betreiber, weil du da mehr Erfahrung hast und auch mehr Liebe hast. Und dann hast du die Situation, wenn du genau die Kunden bedienst, dann steigt auch dein Level wieder und so. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine andere Geschichte. Ich bin ja im wahren Leben doch eigentlich dann immer noch Student. Das heißt, da gäbe es ja eigentlich noch irgendwie was, was nebenbei noch laufen müsste. Darüber reden wir in einer weiteren Folge, wenn es heißt, welche Zukunft liegt im Studium. Ja, aber sie ermöglichte uns auch heute hier zu sein und es ermöglichte uns dieses Wochenende hier zu sein und dieses Power-Ding durchzuziehen. Es war ein Riesenvergnügen. Es war hoffentlich auch für alle Zuschauer so ein Riesenvergnügen wie für uns. Und falls ihr das noch nicht getan habt, dann schaut euch bitte alle Folgen an und spürt den Spaß, den wir immer bei diesen Folgen gehabt haben, weil es war großartig. Ja, das war es. Das war es definitiv wert. Und vielleicht gibt es ja zu den ganzen Herstellern und Förstern, die wir noch nicht hatten, irgendwann Teil 2 von dem ganzen Zinnobau. Aber wir wollen es nicht versprechen. So bekloppt sind wir nicht. So bekloppt sind wir nicht. Schauen wir erst mal. Wir werden nie eine Mauer bauen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ja, vielen Dank für deine Gastfreundschaft, dass wir hier sein durften, dass wir auf deinem Kanal sein durften, aber dass wir auch in deinen privaten Räumen sein durften und du uns hier so herzlich aufgenommen hast. Das hoffe ich nicht nur vor der Kamera gesagt, habe ich gerne getan. Ich hätte es alleine nicht in Angriff genommen, weil es mir für mich alleine dann doch zu viel Zinnober gewesen wäre und weil mir so dieser Zwelle hin und her werfen für das Format wahnsinnig gut gefallen hat. Hat uns auch gefallen und hat uns sicher auch weitergebracht. Also davor hatte ich noch nicht so viel Ahnung von all diesen Kameraherstellern, als ich jetzt hoffentlich habe. Ich glaube, es war eine gute Fortbildung. Ja, so ein Ziel gegeben haben. Absolut, ja. Und jetzt sind wir firm im Kameraherstellerbereich. Das ist ja alles. Das ist ja alles. Und ihr hoffentlich auch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und tschüss, bis vielleicht zu einer anderen Folge. Ciao. Habt Spaß, schießt Film. Sehr gut. Hauen wir die Flasche Sekt raus. Wir betrinken uns maßlos. No. Nein.